Fritsch wurde von der paraguayischen Regierung beauftragt, den damals noch unbekannten Grenzfluss Rio Pilcomayo im Alleingang zu erforschen, wo vorher viele gut ausgerüsteten, auch militärischen Expeditionen scheiterten oder von wilden Indianern ermordet wurden. Fritsch hat Pilcomayo als erster Europäer vollständig kartografiert und die Grenzfrage zu Argentina und Bolivien endgültig gelöst. Fritsch schrieb, der Weg aus Paraguay in ein Land mit Gold und Silber über den Fluss Pilcomayo wurde seit der Konquista oftmals gesucht. Der erste Name wie Caboto, Andreas de Manzo, 1638, Chacem, die Jesuiten wie Padre Patino, 1721, und Padre Castanares, 1731, Azara, 1785. Aus der bolivianischen Seite waren es General Margarinos, 1843, die große Expedition von Nivelles, 1844, und der Franziskan Gianelli, 1863, El Pacificador de los Tribus del Chaco. Im Jahre 1882 wurde Crevux ermordet, und zwar auf Befehl des Missionars Padre Doroteo. Den zwei nachfolgenden Untersuchungsexpeditionen gelang es aber doch noch wenigstens einiges, über den Río Pilcomayo zu klären. Als erster gegen den Strom brach Fontana, 1882, bis Brasonorte, Las Juntas del Fontana. Tuar, 1883, fand die Bifurkation bei Caballo Reporti. W. Feilberg, 1884, entdeckte der Zufluss El Dorado und Wasserfälle Salto Feilberg. Tuar, 1885, versuchte es zum zweiten Mal über das Land, aber er musste auf Kanuen von erbosten Indianern flüchten, denen er zuvor hunderte von Pferden und Mulas konfiszierte. Page und Graham Kerr, 1890, blieben erfolgslos. Die Expedition von Storm und Freund, 1890, mit einem guten Dampfer und Messgeräte, fand Las Juntas, El Dorado, überwandte die Feilbergwasserfälle und entdeckte die Wasserfälle Salto Palmares. 1889, töteten die Indios Pelagar, den spanischen Landfirmes Ibarretta, in den Zümpfe von Estero Patino. Sein Freund, Ingenieur Carmelo Uriarte, suchte ihn mit zwei Expeditionen, fand aber nur seine Leiche, respektive nur seinen zertrümmelten Schädel. Die Expedition von zwei Argentinier, Asp und Astrado, 1903, schien schon verloren zu sein, doch zufälligerweise fand und rettete sie ein Indian des Stammes Toba. Ich wiederholte den Weg von Uriarte bis Estero Patino und etwas weiter nördlich, 1903. 1904 stieß Gouverneur von Formosa, Dr. Luna Olmos, von Lago Lagadig stromaufwärts. Jetzt gibt es dort gleich mehrere Expeditionen, die endgültig den Rätsel des Grenzflusses zwischen Argentinien und Paraguay klären werden. Weiter direkt aus dem Fritschs Reisetagebuch. In Estero Patino am 24. Dezember 1903. Heute wurde ich von fremden Stimmen geweckt. Ich schaue auf die blutverschmierte Moskitira und kann mich zuerst an nichts erinnern. Gestern habe ich die Moskitos, die vollgesaugt mit meinem Blut an den leinenden Wänden saßen, noch lange in die Nacht vernichtet. Ich war unausgeschlafen, obwohl die Morgendämmerung schon begann. Meine persönliche Wache, der Soldat Romero, den mit der Gouverneur zuteilte, hob den Netz und steckte mir mein Morgenmatte herein, schnell, möglichst noch vor den Moskitos. Ich trank es aus und schob es auf die gleiche Art wieder heraus. Während ich auf die nächste Runde Matetee wartete, killte ich die Moskitos, die trotz aller Vorsicht hinein gelangten. Anstatt Matete erschien aber ein Kopf eines Indios. Es war wieder der aufdringliche Lenguaro, der etwas Spanisch und Guaranie kannte. Patron Regalando Jabba? Das habe ich dafür, dass ich ihm gestern etwas Tobak schenkte. Kaika, sagte ich ihm mit Vergnügen in der Sprache der Pilager. Dieses widerliche Wort war das erste, was ich gelernt habe. Egal was ich will, antworten sie immer Kaika, Kaika, ich habe nicht, ich gebe nichts. Wenn ich ein Honig möchte, Kaika. Wenn ich ein Wachs für die Kerze will, Kaika. Wenn ich ein Bogen mit Pfeilen verlange, Kaika, ein Musikinstrument oder ein Schmuck, immer nur Kaika, um höhere Preise zu erzielen. Heute ist Weihnachten. Die Weihnachten feierten wir in Mitte von mehr als 300 schreiender, singender und tanzender Indianer Pilager. In Erinnerung auf meine Kinderjahre bereitete ich für diese große Kinder ein Weihnachtsbaum. Ich ließ eine Palme fällen und vor unser Holzhaus einsetzen. Ich schmückte sie mit Glasperlen und Biskuits, und so feierte ich die Weihnachten in der Wildnis. Damit ich die Feier fotografieren könnte, teilte ich den Indianer mit, dass der befürchtete Geist des nächtlichen Lichts wieder erscheinen wird. Nun blieben nur die tapfersten Jungs bei mir stehen. Ich versprach ihnen die für sie so wertvollen Glasperlen für das Fotografieren. Dann umkreisten die Indianer den Baum in einem großen Kreis, sie sangen und tanzten bis morgen, ohne dass sie meine Magnesiumblitze in dem Geringsten störten. Am nächsten Tag setzten wir unseren Weg fort. Unsere Expedition glich dem Indianischen Marsch wohlkommen. Wir entzündeten den Kampo und jagten. Wir aßen alles, was wir nur greifen konnten. Dies deshalb, weil wir unsere Pferde nicht belasten dürften, weil sie in einer schlechten Verfassung waren. Jeder von uns musste seine Vorräte selber auf dem Rücken tragen. Ich nahm deshalb nur die nötigsten Lebensmittel mit sich. Auf unser einziges Last hier luden wir solche unverzichtbaren Sachen wie Küchenutensilien, Munition, fotografische Platten, Messgeräte, Reiseapotheke und ähnliches. Diese Nacht schliefen wir in Lagadig. Es ist das größte Dorf, in dem die wichtigsten Häuptlinge und Schamanen wohnen. Es sind zwei schlauen, ständig betelnden Kerle, die unsere Geschenke mit so einem Ausdruck einnehmen, als ob sie uns damit die größte Gnade aufweisen würden. Sobald sie etwas bekamen, wollten sie immer mehr und mehr, wobei sie sich auf ihren besonderen Sonderstatus beriefen. Sie erschwindelten von uns alte Hüte und benutzte Kleidungsstücke. Damit haben sie sich noch mehr von den anderen abgehoben. Die Siedlung war halbleer und in einer großen Unordnung, weil die Männer die meiste Zeit mit uns verbrachten und die Frauen zum Besuch im Nachbarnsdorflackhalter waren. Die Hüten hier waren getrennt gebaut und mit Matten bedeckt. In einigen gab es Liegen aus Palmenstämmen, die mit Biesamfällen bedeckt wurden. Noch weiter westlich ist das dritte ständige Dorf Sarkleiner. Die Pilagers behaupteten, dass dort Tobak und Wassermelonen gezüchtet werden. Sie versprachen mir diese oft, doch sie gaben mir nichts. Auf ihren Reisen bauen sich die Pilagers provisorische Hüten in einer Reihe. Sie werden mit Matten aus Palmenblätter vor der Sonne geschützt, ähnlich wie es die Tobas tun. Wenn die Hüten von Läusen voll werden, dann werden sie verbrannt. Manchmal werden nur die Matten zusammengerollt und auf der Stelle bleibt nur der Hüten-Skelett aus der Weide. Rio Pilecomayo führte ein Hochwasser. Wir mussten es schwimmend überqueren. Waffen und Bekleidung luden wir auf einen schnell zusammengebauten Floss. Auf dem anderen Ufer habe ich eine neue Pflanze gefunden, Lagardiclee, die dem Dorf ihren Namen gab. Es ist eine sehr dornige Art von Kaktus-Ceroyos-Corine. Seine Dornen werden bei der Tätowierung benutzt. Sie sind bei den Indianern Toba sehr begehrt und werden von ihnen gekauft. Auch mir tauschten sie dafür einige Sachen für meine ethnografischen Sammlungen. In der Nacht des 27. Dezember schlief ich unter einem hohen Baum. Von seinem Gipfel sah ich den nördlichen Arm von Rio Pilecomayo. Die Landschaft war sonst flach. Nur auf der anderen Seite konnte ich den kleinen Hügel-Lambaré bei Asunción in der weiten Ferne gerade noch sehen. Auf dem Baum benachtete eine Unmenge von Enten. Sie flogen uns fast alleine auf den Spies. So habe ich den Baum als den Arbol de los Patos getauft. Am 28. Dezember mussten wir einen sehr alten Wald überqueren, der laut den Indios sehr ausgedehnt ist. Ich halte es für einen Beweis, dass dieses Gebiet das älteste ist, das trocken blieb. Ich habe eine Theorie, dass Chaco in Urzeit einer Insel sein musste. Wir überquerten Pilecomayo auf die paraguayische Seite mit hohen und dichten Wäldern und grünem Urwalddickicht. Die Palmen verschwanden wohlkommen. Dafür gab es da riesige Kakteen. Wir wurden von zwei Kriegern aus dem Dorf Saklaina erwartet, die an einer kriegerischen Auseinandersetzung teilnehmen wollten. Es war ein bemerkenswertes Duo. Der eine, bekleidet mit dem Feld des Ameisenbeeres war größer als ich und der andere, sein Freund, wurde zu dem kleinsten Mitglied unserer Expedition. Am 29. Dezember gingen wir durch einen Dickicht von Algaroba mit einem außerordentlich scharfen, mehr als ein Meter hohem Gras. Die Indianer folgten einer den anderen in einer langen Reihe. Jeder Häuptling führte seine Abteilung und hielt einen Abstand von 50 bis 100 Meter an die vorne gehende Gruppe. Der ganze Zug wurde von drei höchsten Häuptlingen geführt. Sie trugen breite Sandalen. Mit langen Schritten machten sie damit das scharfe Gras platt. So entstanden gewisse Spuren, in denen die anderen schreiten könnten, auch wenn sie barfuß waren. Die Schritte waren so groß, dass der Gang ihr den Sprüngen ähnelte und es sah sehr komisch aus, obwohl sich alle sehr sicher und mit einer gewissen Eleganz bewegten. Der Häuptling beobachtete aufmerksam jede interessante Spur. Wenn er zum Beispiel einen Gang einer Eidechse oder einen Weg, der durch die Rehe niedergetrampelt wurde, im Gras merkte, wurden gleich Jäger ausgesandt. Sie kehrten dann mit ihrer Beute zurück und reihten sich gleich wieder zu den anderen. Wenn der Häuptling eine fliegende Biene entdeckte, so folgte er sie schweigend so lange, bis er von jemanden anderen von seinen Männern ausgewechselt wurde und er bis zum Nest kam. Der Häuptling kehrte dann wieder in die ursprüngliche Richtung zurück. Weil alle Indianer seinen Spuren folgten, entstand ein Pfad genauso verwinkelt, wie es der Flug der Bienen war. In den Bienennüsten ist viel Honig, genannt Katek, doch die Pilagas, genauso wie alle andere Stämme aus Chaco, picken sich lieber junge Larven davon aus. Die Bienen sammeln ihren Honig auch aus den Blüten von Giftpflanzen und so kann auch der Honig giftig sein. Den Indianern macht es nichts aus, sie essen alles, aber unsere Expedition gerade wegen dem Honig später scheiterte. Das ganze Gebiet war ausgetrocknet. Nirgendwo sind wir auf ein Trinkwasser gestoßen. Zum ersten Mal im Leben habe ich einen richtigen Durst und Hunger kennengelernt. Erst am Nachmittag kamen wir auf eine Stelle, wo wir zwischen den Termitenbauten Tachuru eine halb ausgetrocknete Lagune mit etwas schmutzigem und warmen Wasser entdeckten. Die Indios legten sich auf den Boden und tranken den schmutzigen Sediment direkt mit dem Mund. Kein Tropfen ging verloren. Wie sich die Feuer der Sotigrakas näherten, verloren meine Führer ihren kämpferisches Mut. Mein Begleiter erkrankte nach dem Honig. Am 30. Dezember kamen wir wieder zu den Salinen. Die zahlreichen Spuren der Sotigrakas erweckten bei den Indianer eine große Unruhe. Vor uns erstreckte sich ein Fluss, der fast so breit wie Pilkumayu war. Wasser. Wir liefen zu ihm wie die Verrückten, aber die Indianer blieben ruhig und schauten unserer Enttäuschung zu. Das Wasser war nämlich bitter und absolut ungenießbar. Der Fluss war tief. Sein Wasser war rot verfärbt. Meine 18 Meter lange Angelschnur reichte kaum auf den Boden. Auf dem Ufer gab es eine große Menge Spuren, aber die Indios hatten keine geringste Lust sie zu folgen. Wir setzten unsere Sachen auf kleinen Flüssen über. Die Indios schwammen rund um sie. Mein Lastier blutete an seinen Beinen. Zum Schwimmen ließ er sich nicht zwingen, deswegen haben wir ihn am Floss hinüber transportiert. Der andere Ufer war trocken und mit Gras bewachsen. Wir überquerten noch eine kleine Laguna, die sich parallel zu dem Fluss schengelte und kompierten dann und weit von einem kleinen Esstirum mit Süßwasser. Unsere gute Laune dauerte nicht lange. Von der anderen Seite des Flusses hörten wir ein Gesang unserer letzten Gruppe. Sie riefen mich zum Ufer. Die singenden Indianer trugen einen jungen Krieger, der von einer Schlange gebissen wurde. Wahrscheinlich war es eine Klapperschlange. Es war mein Freund Tscheikolik, ein hübscher und kräftiger Junge, der mich das Jagen lernte. Sie legten ihn in den Schatten der Sträuche. Zwei Schamanen knieten zu ihm und zogen ihm an der Brust, an den Händen und an den Beinen bis das Blut erschien. Dann, unter der Begleitung all seiner Freunden und Verwandten sangen und schrien sie um den bösen Geist des Giftes zu vertreiben. Die anderen Indianer saßen im Schatten und spielten ein Wurfspielepinter gegen die Langeweile. Die ganze Nacht hielt ich den Sterbenden auf meinem Schoß und hörte den Lärm von mehr als 20 Menschen. Wäre die Erkrankung wirklich durch böse Geister verursacht, so könnten sie es mit Sicherheit nicht aushalten. Leider waren meine Hypermangan-Injektionen genauso unwirksam wie der religiöse Ritual auch. Morgens schlief ich für eine kurze Zeit ein, aber gleich wurde ich von Jose geweckt. Chaikolik Iljö, Chaikolik ist verstorben. Die Indianer hoben gleich eine tiefe Grube aus. Der Schamane band zwei Knochen vom Jaguar, die er für solche Gelegenheit mit sich trug, an eine Holzstange. Der Stab stieß er der Leiche in die Kehle. Dies sollte verhindern, dass die Seele den Körper verlässt. Dann zog er den Stab wieder heraus. Der tote Körper wurde mit der ausgehobenen Erde bedeckt. Darauf legte man eine Menge von Sträucher und Dornenäste, um ihn vor Wölfen und Füchsen zu schützen. Zum ersten Mal habe ich gesehen, dass ein Indien, der Vater von Chaikolik, für sich still weinte. Die anderen kamen zu ihm und trösteten ihn. Die Indianer wollten dann zurückkehren. Keiner wollte weitergehen, obwohl die Feuer der Surtegraikas so nahe waren. Ich habe dem kräftig widersprochen, aber der Vater von Chaikolik kehrte nach Lagadig mit seiner ganzen Familie zurück ohne sich vorher zu verabschieden. Die anderen folgten mir nur ungern. Ich musste Wachen stellen, damit sie mir nicht flüchteten. Auch haben die Pilagers abgelehnt für uns jetzt zu jagen. Ich habe gehofft, dass wir die Surtegraikas binnen drei Tagen erreichen werden und dass es mir gelingen würde, einige Informationen über dieses unbekannten Stamm zu gewinnen. Daher habe ich den indianischen Pfad verlassen und brach über Campo direkt in Richtung ihres Rauches. In nahem Wald haben wir eine vor kurzem verlassene Toldur der Surtegraikas entdeckt. Sie war ganz anders als alle, die ich bis dato gesehen habe. Es war ein Matau, ein kleiner Dickicht, in das gewisse gleich hohe und gleich breite Tunnels mit niedrigen runden Eingängen führten. Sie mündeten auf einem kleinen Platz. Jeder diente als ein Unterkunft für mehrere Familien. In Freim habe ich mehrere Spuren von Pferden und Ochsen gefunden. Menschliche Spuren, die wir in den Lagunnen gesehen haben, waren tief und sie druckten den ganzen Fuß ab, während von den Spuren der Pilagers man nur die Spitzen ihrer Füße mit Zehen sehen konnte. Das war alles, was ich von ihnen erfahren konnte. Es beweist, dass die Surtegraikas kleine Gemeinde bilden, dass sie keine Migranten, sondern ein expandierender kämpferischer Stamm sind. Sie züchten Pferde und Vieh und für den Fall eines Angriffs bauen sie sich festungsähnliche Hüten. Dies ist ein Unterschied zu den Pilagers, die im Falle des feindlichen Angriffs einfach flüchten und sein Eigentum der Plünderung hinterlassen. Unter unseren Indianern wuchs die Unzufriedenheit immer mehr. Bisher brauchten sie keinem einen Gehorsam zu leisten, doch jetzt dürften sie sich aus dem Lager nicht entfernen. Sie dürften nicht jagen und immer, wenn sie das Wasser holen wollten, wurden sie von einem meinen Päonen begleitet. Wir haben auf eigener Haut die Schwierigkeiten eines Indianerkrieges kennengelernt. Die Surtegraikas entzündeten das Gras und alle Pflanzen verkohlten. Falls wir das Wasser gefunden haben, war es verunreinigt. Es gab dort keine Palmen-Karandai, die Haupternährung der Menschen in Chaco. Wir marschierten über verbranntes Kampo, wo es nichts zum Essen, nur halb verbrannte Früchte Algaroba gab. Unsere Vorräte wurden immer kleiner und unser Hunger wurde größer. Schließlich mussten wir den Indianern erlauben zu ihrem alten Pfad zurückzukehren. Am 3. Januar entschloss ich mich erneut in die Richtung zu gehen, wo die Feuer der Surtegraikas sichtbar waren. Nach einem ganztägigen Marsch ohne Essen und Wasser kamen wir zu einem Sumpf, der ich Estero del Ambre nannte. Dort haben wir endlich unser Hunger mit einer Menge von Fischen, Wasserschnecken und Wasservögeln gestillt. Wir mussten es aber ohne Salz essen, weil unser Salz während der Flussüberquerung aufgelöst wurde. Die Pilagers wollten dann nicht mehr in diese Richtung weitergehen. So ließ ich mich von ihnen zwei Tage westwärts führen. Ich war der Einziger, der die Forschung noch fortsetzen wollte. Meine Begleiter, die Pionen, stellten sich dagegen, insbesondere, weil sich einige von ihnen, vor allem mein Ordunanz Romero, mit dem giftigen Honig vergifteten, das uns die Indianer schenkten. Am 6. Januar kamen wir zu einem kleinen Sumpf, wo weiße Flammengoss nisteten. Obwohl ich verboten habe sie zu schießen, Ronco wurde gierig nach Geld und ging zur Jagd. Auch ich erkrankte nach dem Honig. Romero wurde von dem Honig inzwischen verwirrt. Dreimal hat er mich sogar mit der Waffe angegriffen. Die Pilagers nutzten unsere Schwäche. Sie verließen uns. Sie ließen alle unsere Karabinen, mit denen wir sie bewaffneten, auch all unseres Gepäck an derselben Stelle zurück. Wir mussten also zurückkehren, ohne dass wir einen einzigen Sotigraka gesehen haben. Ein Tag haben wir uns ausgeruht und dann brachen wir mit all dem Gepäck zur Rückkehr auf. Nach einigen Tagen fanden wir den Indianerpfad wieder. Wir verschwendeten keinen Gedanken auf die Jagd. Wir mussten möglichst schnell gehen, solange uns unsere Kräfte und die Proviantenreste von dem letzten Estero reichten. Zum Glück haben wir einen Nest mit jungen Marabu gefunden. Sie blieben von den Indianern, die vor uns eilten, aus irgendwelchem wahrscheinlich aus dem religiösen Grund verschont. Wir haben die Vögel verspeist. Das hat uns für vier Tage scharfen Marsches gestärkt, bis wir zu Rio Pilikumayo gegenüber der Siedlung Lagadig ankamen. Unsere Indianer fanden wir dort beim fröhlichen Fischen. Sie haben uns freundlich empfangen, als ob nichts gewesen wäre. Sofort wurden wir mit Fleisch, mit gebackenem Fisch und mit Honig bewirtet. Im Dorf bereitete man schon mehrere geschlachteten Schafe. Könnten wir ihnen ihre Fluchtübeln nehmen? Wenn auch zivilisierte Menschen nur schwer mit Aberglauben und Vorurteilen zu kämpfen haben? Wie könnte man die Indianer verurteilen, wenn sie den Tod eines ihres Stammesmitglieder als ein Unheilzeichen für ein Unternehmen deuteten, das wir ihnen aufzwingen wollten? In Lagadig waren wir die Zeugen eines häufigen Ereignisses im Leben der Frauen von Pilager. Es war ein Duell von zwei eifersüchtiger Frauen. Sie wollte sich den Bräutigam erkämpfen, der sich während unseres Feldzuges auszeichnete. Ich habe ihren Kampf so lange fotografiert, bis ich von ihnen ein Schaf bekam, um mich loszuwerden. Natürlich, sofort verlangten sie ein Gegengeschenk. Was gibst du? Nach der Rückkehr zum Esteropatino alias Katalate haben wir unsere Begleiter ausbezahlt. Wir gaben ihnen halbreife Maiskolben und Kürbisse aus unseren Feldern, die wir dort angelegt haben. Der Vater von Tchaikolek verlangte von uns alles Ersatz für seinen Sohn einen Eisentopf, eine Axt, eine Machete und weitere Sachen. Schließlich hat er sich nur mit dem Eisentopf und mit Glasperlen zufriedengestellt. Kurz darauf kamen die Kaimars uns zu besuchen. Es war ein Stamm, der westlich vom Gebiet der Pilagers lebte. Mein Übersetzer bezeichnete sie als die Alemanos, Deutsche, weil sie mit einer ihm unverständlichen Sprache sprachen, ähnlich wie zwei deutsche Touristen, die einmal kamen um die Indios in ihrer Siedlung gegenüber dem Asuncion zu fotografieren. Die Kaimars boten mit einer Menge an Bogen und Pfeilen zum Kauf, aber alle wurden nur als billige Touristenhandelsware hergestellt und daher nicht zu gebrauchen. Ihr Häuptling wollte von mir eine Bestätigung haben, welche sonst die Indianer für die Arbeit in einer Zuckerfabrik vom Polizeichräf in Jujui bekamen. Die anderen versuchten mit mir das Privatgeld zu wechseln, mit dem sie von der Zuckerfabrik bezahlt wurden. Bis ich dazu kam, etwas von ihrer Sprache festzuhalten, entstand zwischen den beiden Stämmen irgendeinen Streit und die Kaimars verschwanden wieder. Ich besuchte noch einmal die Stelle, wo Epa-Reta getötet wurde. Weil das Wasser Pilkumayot diesmal hoch war, fuhr ich mehr südlich und entdeckte eine saubere indianische Straße, die mehr als zwei Meter breit war. Laut den Indianern führte sie nach Salta und Jujui. Vor unserer Abreise sahen wir noch, wie die Pilagers zu dem Vollmond beichteten. Sie stellten sich in einer Reihe dem Mond gegenüber, hoben ihre Arme hoch, und beichteten ihm ihre Sünden und Faulheiten. Sie versprachen, dass sie sich bessern werden, dass sie einen Leinen für die Kleidung ihrer Kinder kaufen und ähnliches. Aber vor unserer Abreise kamen sie erneut zu uns, um Pelze und Feder für Schnaps zu tauschen. Die Menschen sind also überall gleich. Unser Abschied war rührend. Alle Bewohner kamen aus dem Dorf heraus. Einige haben uns begleitet, andere schauten uns hinterher so lange wie sie uns zwischen den Palmen noch sehen konnten. Sie riefen uns ihre Grüße zu und vor allem riefen sie uns ihre Wünsche nach einem baldigen Wiedersehen hinterher. Nach einer kurzen Erholung in unserem Blockhaus setzten wir unser Rückkehr fort. Es war eine traurige Karawanne durch den ausgedehnten Gebiet der Tobas. Alle unsere Pferde starben durch die Pest. Ein nach dem anderen blieben sie am Rande des Weges liegen, wie eine Nahrung für die schwarzen Geier. Die Ochsenkarren, schwer beladen mit den Fällen, Wachs und meinen Sammlungen, bewegten sich nur langsam voraus. Auch wir schritten schweren Ganges zu Fuß. Jeder für sich suchte sich seine Nahrung selbst. Wir trafen uns nur selten zusammen, meistens nur abends. Oft schlief jeder gerade dort, wo ihn die Nacht erwischte. In dem gleichen Gebiet, wo wir vor drei Wochen aus den Sümpfen nicht herauskamen, dort gab es jetzt kein Tropfen Wasser mehr und unsere Ochsen litten vor Durst so schwer, dass wir einen Karren am Ort und Stelle liegen lassen mussten, um es erst später zu holen. In die Kolonie Chlorin, da trafen wir mit den letzten vier Ochsen ein. In die Kolonie Chlorin In die Kolonie Chlorin, da trafen wir mit den Kolonie Chlorin. In die Kolonie Chlorin hier, das Burstsee Uf. In die Kolonie Chlorin, da trafen wir mit den Kolonie Chlorin. In der Kolonie Chlorin, da trafen wir mit den Kolonie Bfleisch der Kolonie Chlorin. Musik Musik Musik